Ja, schön, dass ihr da seid. Heute in meinem Twitch-Stream und wir besprechen die Gurkenaufgabe. Was ist die Gurkenaufgabe? Also stellt euch vor, eine Gurke wiegt 1000 Gramm, also ein Kilogramm, ordentliche Gurke. Die wirkt 1000 Gramm und außerdem gilt, sie besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Das wissen wir ja, Gurken bestehen, ich weiß nicht, ob es wirklich 99 Prozent sind, ist aber wurscht. Es geht ja um Mathematik, nicht um die Realität. Also, sie besteht zu 99 Prozent aus Wasser, eine Gurke besteht ziemlich viel, also ziemlich hohen Wasseranteil. Okay, jetzt legt ihr diese Gurke in die Sonne und anschließend nach einer Stunde, könnt ihr euch vorstellen, ist da ein bisschen Wasser draus, keine Ahnung, verdunstet oder so. Nach einer Stunde besteht die Gurke noch zu 98 Prozent aus Wasser. Gucken, dass die Kamera mir folgt. Jetzt folgt sie mir, sehr gut. Okay, die Frage ist, wie viel wiegt die Gurke jetzt? Fragezeichen, nicht Ausrufezeichen. Also, 1000 Gramm vorher, sie besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Dann, nach einer Stunde in der Sonne, wiegt die Gurke, äh, Quatsch, besteht sie noch zu 98 Prozent aus Wasser. Dann, nach einer Stunde in der Sonne, wiegt die Gurke, äh, Quatsch, besteht sie noch zu 98 Prozent aus Wasser. Wie viel wiegt die Gurke? Was glaubt ihr? Schreibt mal eure Vermutungen in den Chat. Schreibt mal rein, was glaubt ihr? Wie viel wiegt die Gurke? Ich will eure Vermutungen hören. Was glaubt ihr? Wie viel wiegt die Gurke? Glückspädagoge, weniger ist vermutlich zu ungenau. Ja, weniger, aber ist auf jeden Fall zu 100 Prozent korrekt. Ja, also die wirkt weniger. Da sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Also, wenn wir irgendwas rechnen und es kommt was raus, was größer ist als 1000 Gramm, sollten wir skeptisch sein. Sehr gut. Meistertyp Kit tippt 800 Gramm. Schreibt mal hier auf. Vermutungen. Deutlich weniger, sagt sysadmin from hell. Okay, also nicht nur weniger, sondern deutlich weniger. Okay, genau, sag mal nicht wie viel, weil es bald mal noch bei uns, wenn du die Lösung kennst. Gibt es noch weitere Vermutungen? 800 Gramm, wollen wir damit ins Rennen gehen oder gibt es noch andere Vermutungen? Emk, Emk würde vermuten auch deutlich weniger Wasser und der Rest ist ja irgendwie miteinander verhangen. Also ist auch vermuten deutlich weniger, obwohl sie noch zu 99 Prozent aus Wasser besteht. Deutlich weniger. Zu 98, äh, zu 98 Prozent aus Wasser, du hast recht. Ja, genau, zu 98 Prozent. Das habe ich versprochen. Ich kann dir mal sagen, was Leute, was vermute denn, was Leute sagen, wenn man sie danach fragt. Imk, Mk, Mk, im ersten Moment dachte ich natürlich drei Sätze. Ja, du gehst schon auf die Lösungsideen. Okay. Also, viele Leute denken, ah, die wird wahrscheinlich sowas wie 980 Gramm wiegen. Ah, ja, genau, hey, Logicali, genau. Ich denke mal, Leute sagen instinktiv 980 Gramm. Ja, ja, instinktiv, genau. Manche sagen auch 990 Gramm. Da kommt alles Mögliche, manchmal 999 und so, ne. Könnt ihr euch vorstellen, also, aber oftmals in dieser Größenordnung. Oftmals in dieser Größenordnung. Ja, okay, dann lösen wir die Aufgabe, oder? Und zwar machen wir das mal, ich zeichne euch mal eine Gurke. Sorry, war kurz raus. Also, 10 Gramm, Robby von Robson, 10 Gramm fester Anteile sind stabil. Genau. Achso, genau. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Sehr gut, genau. Du gehst über den stabilen Anteil, den, ich weiß nicht genau, also, was sind diese 1% Gurkenstoff oder so, ja. Also, Gurkenstoff, der mit Wasser die Gurke ergibt, ja. Ja, dann machen wir das doch vielleicht mal grafisch. Also, es ist immer hilfreich in der Mathematik oder oftmals hilfreich, sich ein Problem zu visualisieren und sich daran dann die Lösung zu erarbeiten, ne. Also, ich zeichne mal eine Gurke, okay. Skizze gibt zwei Punkte im Test-Power-Skill, sehr genau. Skizze gibt gleich mal irgendwie Teilpunkte. Weil es einfach auch eine gute Strategie ist, ne. Also, in der Mathematik geht es ja nicht nur um abstrakte Vorstellungen. In der Mathematik geht es insbesondere um konkrete Vorstellungen von Sachverhalten, die dann vielleicht abstrakt formuliert werden. Aber MathematikerInnen denken ja nicht in Formeln oder so in der Regel, sondern die stellen sich dann schon, haben dann schon räumlich-visuelle Analogien von bestimmten Sachverhalten, in denen sie denken und mit denen sie dann gedanklich arbeiten. Also, wir zeichnen mal eine Gurke. Schön hier, so. Schöne Mathematiker-Gurke, oder? Ja. So, das ist meine Gurke, ja. Gurke. Und die besteht zu ziemlich großem Anteil aus Wasser. Haben wir schon gesehen. Ich skizziere das jetzt mal, es entspricht nicht den korrekten Proportionen, aber ihr versteht schon, ne. Das hier sind 99 Prozent Wasser und 1 Prozent Gurkenstoff. Also das hier ist H2O und das ist Gurkenstoff. Okay. Ja, die eckige gerade EU-Gurke, genau. Die 1000 Gramm wiegt. So. Jede Gurke muss so aussehen und 1000 Gramm wiegen, ansonsten wird sie weggeworfen. Das ist überhaupt eine große Sauerei, nebenbei bemerkt, ne. Ja. Dass Obst und Gemüse, das nicht bestimmten Normansprüchen genügt, dann auch entsorgt wird. Aber da gibt es ja schon Gegeninitiativen, die gerade dieses Obst verkaufen und so, ne. Kuro Hakai, genau die Gurkenaufgabe, die lösen wir gerade gemeinsam. So. Okay. Und da hat vorhin schon jemand, wer war das? Robbie van Robson hat gesagt, genau, das sind ja 10 Gramm Gurkenstoff, ne. Also das hier unten sind 10 Gramm. Na ist klar, bei 1000 Gramm, von 1000 Gramm 1% sind 10 Gramm. Und dementsprechend sind hier oben 990 Gramm Wasser. Okay. Fun Fact, das ist kein EU-Norm, sondern der Kundenanspruch, dem die Supermärkte gerecht werden wollen. Ah, System Admin from Hell, vielen Dank für den Hinweis. Ja, wir KundInnen sollten nicht so hohe Ansprüche haben. Okay. So, das war jetzt die Vorher-Situation, ne. Vorher. Und jetzt gehen wir mal in die Nachher-Situation. Nachher. Was bleibt denn konstant in der Situation? Was bleibt denn konstant? Was ändert sich nicht zwischen vor der Sonne und nach der Sonne? MK, MK, der Festanteil. Genau. Der Gurkenstoff. Ja. Der Gurkenstoff. 10% Entschuldigung, ne. 10 Gramm. Oh Gott. 10 Gramm, ne. Das bleibt stabil. 10 Gramm. Ja. Ja. Wie können wir weitermachen? Wer hat eine Idee? Na, die 10 Gramm bleiben stabil. Und dann kommt halt noch Wasser dazu. So. Es sei denn, der Festanteil wird durch die UV-Strahlung der Sonne chemisch zersetzt. Ja, okay. Jetzt geht man immer gern in die Grenzen der mathematischen Modellierung hinein. Glückspädagoge. Oha, diese Visualisierung hat mich auf die Lösung gebracht. Ja, sehr gut. Genau. Dann sag doch mal. Wie machen wir jetzt weiter? Was wissen wir denn jetzt? 10 Gramm bleiben stabil. Gurkenstoff. Wie viel ist denn das in Prozent von der Gurke danach, der Gurkenstoff? Juh, bei dir kann man sich diesen ominösen Gurkenstoff durch die Nase ziehen. Also, äh. Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage mit dem Können darauf abzielt, ob man das theoretisch kann machen oder ob irgendwas verhindert, dass man das könnte, wenn man es wollte. Ah ja. Acantos.de. Jetzt macht der feste Anteil zwei Prozent der Gesamtmasse aus. Genau. Die 10 Gramm Gurkenstoff sind jetzt zwei Prozent. Ja, zwei Prozent. Okay. Weil das Wasser sind ja 98 Prozent. Genau. 98 Prozent aus Wasser. Also müssen die 10 Gramm Gurkenstoff zwei Prozent sein. So. Und jetzt hat vorhin jemand Dreisatz gesagt. Ne? Wenn 10 Gramm zwei Prozent sind. Ach, Juba Dirk, deswegen Gurkenstoff. Das Wort Gurkenstoff, jetzt verstehe ich. Ja, ja. Okay. Ja. 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 Also machen wir einen Dreisatz. Wenn 10 Gramm zwei Prozent sind. Ja. 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 5 Gramm mal 98. Ja. Genau. Wir wollen ja auf das Gesamtgewicht der Gurke, ne? Wir wollen auf das Gesamtgewicht der Gurke. Du hast schon richtig erkannt. Wenn 10 Gramm zwei Prozent sind. Ich schreibe mal den Dreisatz daneben. Ich schreibe mal den Dreisatz daneben. Ich schreibe mal den Dreisatz daneben. Ja. Wie viel wirkt die gesamte Gurke? Ja. 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 Glückspädagoge 500. Genau. Wenn 5 Gramm ein Prozent sind, dann sind ja 500 Gramm 100 Prozent, ne? Mal 100. Das heißt, das Gewicht hat sich krass halbiert, ne? So groß ist die Gurke jetzt. Das sind 98 Prozent Wasser und das sind dementsprechend 490 Gramm, ne? Also wenn die Gesamtgurke 500 Gramm wiegt, 10 Gramm Gurkenstoff, müssen 490 Gramm Wasser sein. Und das verblüfft die Leute natürlich, ne? Ach, autografischer Fehler, genau, ja. Das verblüfft die Leute natürlich, oder? Also, 1000 Gramm wiegt die Gurke, 99 Prozent besteht sie aus Wasser. Nach dem Sonnenbad besteht sie zu 98 Prozent aus Wasser. Wie viel wiegt die Gurke? Und dass das dann 500 Gramm sind, das verblüfft die meisten Leute, ne? Ja, das ist erstaunlich, das verblüfft einen. Aber ich sage euch gleich einen Gedankengang, der, wie man dann sieht, ah, okay, so verblüffend ist das gar nicht. Aber ich sage euch heute nicht nicht, aber vielleicht nicht. Ja, ich sage euch das gar nicht. Ich sage euch bei mir dran, und ich sage euch an, ein paar Mal zu sehen. Ich sage euch mal, das ist das gar nicht. Und wir gehen euch an, da wir uns sagen. Eu nehme euch gleich an! Und wir gehen mit Ihnen? Ja, meine 800 Gramm waren gar nicht so schlecht, sagt Meistertyp Kitt, genau, da war bestimmt die Verpackung noch drum rum. Naja, Prozentrechnung wurde vorhin gefragt, welche Klassenstufe, 6. oder 7. Klasse, so die Größenordnung, würde ich sagen. Ja, was ist der Gedankengang? Also, der Gedankengang ist, der Gurkenstoff bleibt stabil, 10 Gramm. Im ersten Fall entsprechen 10 Gramm 1%. Im zweiten Fall 2%. Das heißt, diese 10 Gramm, der Anteil der 10 Gramm hat sich verdoppelt. Also muss der gesamte Grundwert sich halbiert haben. Wenn 10 Gramm vorher 1% waren von etwas und danach 2% von etwas, dann muss dieses zweite Etwas halb so groß sein, wie das Etwas vorher, damit der Anteil doppelt so groß ist. Der Clou, das hatte vorhin jemand geschrieben, ich weiß nicht mehr genau wer, der Clou ist natürlich, dass die Prozentangabe, 99% bzw. 98%, sich auf unterschiedliche Grundwerte bezieht. Im einen Fall 1000 Gramm, im zweiten Fall 500 Gramm. 99% von 1000 Gramm, 98% von 500 Gramm. Und in unserem Kopf denken wir 99%, 98%, das ist so ähnlich, also kann sich das Gewicht nicht so groß geändert haben. Aber 99% und 98% von unterschiedlichen Sachen können ja, von unterschiedlichen Grundwerten können ja ganz unterschiedliche Werte sein, je nachdem, was für Grundwerte ich da habe. Das Entscheidende ist, der Gurkenstoff ist stabil geblieben, vorher 1% Anteil, danach 2% Anteil, also muss der Grundwert halbiert worden sein, damit der Anteil verdoppelt wurde vom Gurkenstoff. Ihr könnt gerne Rückfragen stellen, wenn euch das nicht klar ist. Genau, Admiral Wurst schreibt, das Gemeine ist, dass 99% und 98% Sanar beisammen sind, der Stoffanteil von 1% auf 2 verdoppelt sich, seine Menge macht dann den doppelten Anteil, wenn sich das Gesamtgewicht halbiert. Genau. Boah, jetzt habe ich Heißung auf Gurkensalat, ja, dann guten Appetit, würde ich mal sagen. Ja, wir können die Gurkenaufgabe nochmal abwandeln, passt mal auf. Jetzt kriege ich euch, jetzt kriege ich euch. Hier wird MK, MK fragt, wie erklärt man den Schülern am besten den Schritt von 1% auf 2%? Ich würde es mit so einer Visualisierung machen, wie ich sie gerade gemacht habe. Ich würde es mit so einer Visualisierung machen. Visualisierung hilft. Ah, Yadda Tsuchima, das ist auch eine schöne Aufgabe, die du gerade noch gestellt hast, da können wir uns vielleicht auch gleich Gedanken machen. Das war eine schöne Brain-Tease-Aufgabe für den Samstagabend, Squall Cry, ja, ja, genau. Bleibt nochmal dran, weil jetzt kriege ich euch nämlich mit einer modifizierten Gurkenaufgabe, passt mal auf. Eine Gurke wiegt 1000 Gramm und besteht zu 99,9% aus Wasser. Dann legt ihr sie eine Stunde in die Sonne und danach besteht sie noch zu 99,8% aus Wasser. Wie viel wiegt die Gurke? Entschuldigung, 100 Gramm, 1000 meinte ich natürlich, ne? Also, eine Gurke wiegt 1000 Gramm und besteht zu 99,9% aus Wasser. Und nachdem sie in der Sonne war, besteht sie zu 99,8% aus Wasser. Wie viel wiegt die Gurke? Kommt, wie viel wiegt die Gurke? Auch 500 Gramm, genau, auch 500 Gramm, ja? Sehr schön, genau. Der Gurkenstoff ist in diesem Fall 1 Gramm, ne? Und der bleibt konstant. Ja, und der wandert von 0,1%, der Gurkenstoff ist erst 0,1% und dann hier 0,2%, das heißt, dessen Anteil hat sich wieder verdoppelt. Und dementsprechend muss der Grundwert, also das Gesamtgewicht der Gurke, sich halbiert haben. Wieder 500 Gramm. Ihr könnt Leute wirklich damit in den Wahnsinn treiben, ne? Eine Gurke wiegt 1000 Gramm und besteht zu 99,9999% aus Wasser. Und nach der Stunde in der Sonne besteht sie zu 99,99998% aus Wasser. Wie viel wiegt die Gurke? 500 Gramm. Du musst immer aufpassen bei Prozentangaben, das ist vielleicht die Message sozusagen, diese Aufgabe, worauf beziehen sich die Prozentangaben? Okay. Ich würde sagen, die Aufgabe beenden wir mal, oder? Das ist vielleicht die Aufgabe, die Aufgabe beenden wir mal, oder? Das ist vielleicht die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe beenden wir mal, oder? Untertitelung des ZDF, 2020